In diesem Videotraining lernen Sie, wie Sie Objekte in verschiedenen Perspektiven ganz einfach zeichnen können. Dieses Werkzeug ist exklusiv ab der Coral Draw Graphics Suite 2021 verfügbar. Sie wählen aus ein, zwei oder drei Fluchtpunkten und arbeiten direkt perspektivisch, ohne komplexe Gitter und Hilfslinien zu erstellen. Zweidimensionale Objekte werden per Mausklick in die perspektivische Ansicht gebracht. Starten wir mit einer kleinen Einführung in das perspektivische Zeichnen. Die Einpunktperspektive mit einem Fluchtpunkt wird gerne verwendet, um beispielsweise eine Straßenansicht zu zeigen. Alles läuft hier auf einen Punkt in der Ferne zu. Die Zweipunktperspektive eignet sich zur Darstellung einer Ecke, wie hier in dieser Abbildung gezeigt. Hier laufen sämtliche Linien rechts und links auf die gesetzten Fluchtpunkte zu. Auch für das Verpackungsdesign wird gern auf diese Art der perspektivischen Darstellung zurückgegriffen. Dramatische Looks verspricht die Dreipunktperspektive, die den Fokus entweder oben oder unten auf dem jeweiligen Objekt hat und damit Vogel- oder Froschperspektive ermöglicht. Diese vier Grafiken zeigen anschaulich die vier möglichen Perspektiven noch einmal im Überblick. Sie können beliebig viele und unterschiedliche Perspektivenobjekte in einem Dokument anlegen, da diese jeweils als separate Gruppen gespeichert sind, wie hier im Informationsfenster Objekte ersichtlich. Haben Sie eine Perspektivengruppe ausgewählt, erscheint links oben der Bearbeiten-Button. Alternativ können Sie dies auch per rechter Mausklick über das Kontextmenü aufrufen. Danach haben Sie Zugriff auf sämtliche Funktionen der perspektivischen Bearbeitung. Gehen wir nun in die Praxis. Mit der Perspektivenfunktion in CoralDraw können Sie entweder direkt im Gitter perspektivisch zeichnen oder bereits erstellte Objekte in die Perspektive bringen. Und exakt das probieren wir nun aus. Wir haben hier drei verschiedene gestaltete Quadrate erstellt, die wir nun zu einem Würfel zusammenbauen. Jedes Quadrat besteht aus einer Gruppe mit verschiedenen Elementen. Das erleichtert die Arbeit erheblich, statt alle Objekte separat in Perspektive zu bringen. Stellen Sie sicher, dass kein Element ausgewählt ist und gehen dann in das Objektmenü, wählen Perspektive und dann in Perspektive zeichnen. Wir entscheiden uns für die Einpunktperspektive. Ziehen Sie nun mit gedrückter Maustaste das Perspektivenfeld auf die gewünschte Größe. Anzahl und Deckkraft der Linien ist frei wählbar und auch der Fluchtpunkt kann frei verschoben werden. Die erste Fläche soll die Vorderseite werden und wird in unserem Beispiel nicht perspektivisch angepasst. Per rechter Mausklick wählen Sie daher aus dem Kontextmenü auf Ebene verschieben und auf orthogonale Ebene verschieben aus. Platzieren Sie nun die erste Fläche in unserem Perspektivenfeld unter die horizontale Linie. Die nächste Fläche wird zur Seitenansicht unseres Würfels. Wählen Sie das Objekt aus und wählen über das Kontextmenü nun auf seitliche Ebene verschieben aus. Schieben Sie die Fläche passgenau an die Frontansicht und verändern die Größe so, dass der perspektivische Eindruck perfekt ist. Abschließend benötigen wir noch die Oberseite des Würfels. Hierzu markieren wir die letzte Fläche, gehen wieder auf das Kontextmenü und wählen nun aber auf obere Ebene verschieben aus. Auch hier gilt es nun, diese Fläche in unsere Perspektive zu verschieben und an die anderen Seiten anzupassen. Sie können jederzeit sämtliche Flächen nachjustieren. Ist alles perfekt, klicken Sie auf Fertigstellen. Der komplette Würfel erscheint nun als Perspektivengruppe im Informationsfenster Objekte, die sämtliche eingefügten Elemente beinhaltet. Sie können eine Perspektivengruppe wie ein normales Element in Corel drauf verschieben oder skalieren. Spiegeln oder drehen ist allerdings deaktiviert, da dies direkten Einfluss in die Perspektive haben würde. Möchten Sie die einzelnen Elemente der Perspektivengruppe separat weiter bearbeiten, dann klicken Sie diese per rechten Mausklick an und wählen Kombination Aufheben Perspektivengruppe und mit einem erneuten Rechtsklick Gruppierung aufheben. Damit stehen alle Bestandteile zur freien Bearbeitung losgelöst von der Perspektive bereit. Jetzt zeigen wir, wie Sie von Anfang an perspektivisch arbeiten und bauen eine Box mit verschiedenen Elementen zusammen. Dazu öffnen Sie in CorelDRAW ein leeres Dokument und gehen im Menü Objekt auf Perspektive und in Perspektive zeichnen. Wählen Sie in den Einstellungen zwei Punkt aus und ziehen Sie das Gitter mit gedrückter Maustaste über die gesamte Seite. Ändern Sie jetzt noch die Position des Horizonts. Um in der rechten Ansicht zu zeichnen, klicken Sie das entsprechende Icon an. Alles, was Sie nun anlegen, wird auf der rechten Seite perspektivisch ausgerichtet. Mit dem Rechteckwerkzeug ziehen Sie nun die erste Seite der Box auf. Im Anschluss erzeugen Sie die linke Ansicht auf die gleiche Weise, schalten aber vorher per Klick auf die linke Ansicht um. Passen Sie im vorderen Bereich die Kanten so an, dass diese passgenau sind. Die Oberseite der Box wird ebenso unkompliziert erstellt und manuell eingepasst. Auch komplexere Vektorobjekte, wie beispielsweise einen Stern oder eine Grafik, bringen Sie auf diese Weise in die richtige Perspektive. Für komplexere Grafiken ist es sinnvoll, in der orthogonalen Ansicht zu arbeiten. Daher markieren Sie die linke Ansicht und verschieben Sie per rechter Mausklick auf die orthogonale Ebene. In unserem Beispiel fügen wir noch weitere Elemente hinzu. Das Logo und das Symbol haben wir schon vorher gestaltet. Nun können Sie alle Elemente zusammenfügen. Gruppieren Sie abschließend die Grafik und bringen Sie wieder in Perspektive auf die linke Seite. Klicken Sie nun auf Fertigstellen und überprüfen, ob alle Seiten der Box perfekt zusammenpassen. Sie können jederzeit die Perspektivengruppe bearbeiten, nachjustieren oder ergänzen. Abschließend wollen wir noch Perspektive und 2D miteinander kombinieren. In diesem Beispiel soll an der perspektivischen Box noch ein Tragegriff angebracht werden. Starten Sie damit, das erste Rechteck in der rechten Perspektive zu zeichnen. Passen Sie es exakt ein. Wechseln Sie nun auf die orthogonale Ebene und zeichnen mit dem Stift die Vorderseite des Griffes. Gehen Sie für das Dreieck auf der Rückseite ebenso vor. Diese beiden geschlossenen Formen sind so gesehen keine perspektivischen Objekte, aber durch das Anlegen in der orthogonalen Ebene mit der gesamten Perspektivengruppe verbunden. Abschließend können Sie noch einen passenden Hintergrund einfügen, um der Box noch mehr Plastizität zu verleihen. Sie sehen, dass das Zeichnen in Perspektive mit den neuen Möglichkeiten in der Coral Talk Graphics Suite 2021 einfach und schnell zum Erfolg führt. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren.